Und dann und dann, so. Da wo so Kälte-Bahnzeiten immer zu befreien, dass es jetzt ist, ne? Ja. Guck mal, da ist ja der Punkt, dass ich es hier. Das heißt, dass wir jetzt gerade zu Lande waren sind. Ja. Ja, das ist ja schon die Guckenkampel, ne? Ja, ja, das ist ja der E-Sto. Ja, das ist ja der E-Sto. Ja, das ist ja der E-Sto. Ja, ab dem. Was ist denn? Ja, okay. Krass. Ja, das ist ja der E-Sto. Ich glaube, da kann Lande mal auf der rechten Bahn. Ja. Ja, haben wir Glück. Vielleicht sind wir noch am Start oder Lande. Ja, und dann, wo die Guckenkampel. Ja. Ja, da kommt jetzt. Ja. Ich freue mich auf die Gánhpeln. Ja, wo die Gänse. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Gänse. Kein Fuß. Ich glaube 10.5 km Das ist eine Schade. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020